Hallo, es ist Tag 11 in unserem Adventskalender mit den Pechkeksen, die euch jeden Tag eine schlechte Nachricht bringen. Und die heutige Adventsnachricht lautet, live aus Markburg, ich weiß, wo dein Auto stand. Ich weiß, ich weiß, wo dein Auto stand. Das ist besonders lustig, weil wir hier im Bahnhof sind. Mega witzig. Tschööö.